Christian Jawi kommt nicht, er ist längst da. Der neue Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters hat bereits die ersten Konzerte in Leipzig geleitet. Mit seinem Taktstock sieht er fast aus wie ein Zauberer. Er bündelt die Kraft der Instrumente und bringt sie zur Vollendung. Der Nachfolger von Jun Merkel ist nicht nur konzentriert bei der Sache, sondern auch charmant. So kommt er gut an bei seinem Orchester. Er ist ein sehr spontaner, sehr fröhlicher Mensch, in dem eine unglaubliche musikalische Energie geradezu überquellen will. Was für mich neu ist, jetzt in den letzten vielleicht zwei Projekten ist, dass er es schafft, die Musik quasi pulsieren zu lassen. Christian Jawi ist einer der jüngsten Chefdirigenten, die wir jemals hatten. Er ist ein Mensch mit einer sehr positiven Ausstrahlung auf beide Seiten der Bühne, also auf uns und auch aufs Publikum. Wenn der US-Amerikaner estnischer Herkunft in Leipzig ist, kümmert er sich nur ums Orchester. Einen Lieblingsort habe er hier noch nicht. Höchste Zeit, dem 40-Jährigen die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu zeigen, bei einer Bustour im roten Doppeldecker. Anscheinend hat er sich für den richtigen Arbeitsplatz entschieden. Ich bin hauptsächlich wegen des Orchesters nach Leipzig gekommen. Wir wollen gemeinsam etwas machen, das es vorher noch nicht gab. Außerdem hat das Orchester viele großartige Musiker. Wir haben so viele Möglichkeiten. Schon für die erste von mindestens drei Spielzeiten hat Christian Jawi viele Pläne. Ein Höhepunkt in dieser Saison soll das Projekt Plugged In sein. Plugged In ist eine komplett andere Musikrichtung, nicht unbedingt typische klassische Musik. Schon in diesem Jahr kommen Leute wie Anoushka Shankar. Ihr Instrument, eine Sitar, wird an den Strom angeschlossen. Christian Jawi ist angetan von dem, was er sieht. Vielleicht schafft er es sogar, seine Familie nach Leipzig zu locken. Ich hoffe, dass sie eines Tages hier leben wird. Das ist leichter für mich. Dann bin ich ein glücklicherer Mensch. Es wird eine Weile dauern, sie aus den USA herüberzuholen, aber ich arbeite daran. Bis dahin kann er sich wieder ganz der Musik widmen. Seine nächsten Konzerte in Leipzig gibt es am Tag der Deutschen Einheit und am kommenden Sonntag.